Ja Männer, the same procedure as every week oder every day oder was auch immer. Ich grüße euch zu einer weiteren Reaction-Analyse aus Fansicht, einen Tag nach dem Spiel, weil mir das gestern dann doch zu spät war. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll, weil es gibt einfach keine normalen Fußballspiele mit FC-Beteiligung, insbesondere in dieser Saison, was da gestern wieder alles passiert ist. Wir müssen auch leider mal kurz über den Schiedsrichter sprechen, was keine Entschuldigung oder kein Alibi sein soll, aber das ist mir gestern so dermaßen auf den Sack gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, wenn ich das nachher ein bisschen erläutern werde. Nichtsdestotrotz gehört es sich erst einmal Glückwunsch zu sagen an den 1. FC Kaiserslautern zum völlig verdienten und völlig zurechten Weiterkommen. Und ich bleibe dabei, Lautern gehört für mich in die Bundesliga mit diesem Stadion, mit diesen Fans, mit dieser Tradition, mit dieser Atmosphäre. Das hat fernab vom Spiel und fernab vom Spielverlauf einfach unglaublich Bock gemacht, diese Atmosphäre zu erleben. Wirklich, wirklich top an dieser Stelle. Und ja, dann wollen wir mal ins Spiel reingehen. Ich habe mir so Sachen notiert, so was wie zu eindimensional von uns. Keine Spieleröffnung. Keine Idee, wie man vor das Tor kommen will. Wir setzen uns selbst unter Druck. Keine Torgefahr. Wir sind einfach zu verteidigen. Und eben Schiedsrichter Jablonski, wo wir gleich zukommen. Ja, Gamechanger bei Lautern. Marlon Ritter. Ich glaube, zwei Vorlagen, ein Tor. Unglaublich. Terencey Boyd vorne, der Bulle, der Stürmer. Unglaublich stark. Wirklich, muss man an der Stelle auch einfach mal sagen. Aus lauterer Sicht. Und ja, fing dann gut an. 19. Minute. Ballverlust von uns. Höhe Mittellinie. Ich glaube, das lag eher so daran, dass sich zwei Spieler von uns nicht einig geworden sind, wer denn jetzt zum Ball gehen soll. Lauterer Spritz dazwischen. Tiefer Pass auf Tetschi. Also es war übrigens hier der Ritter, der diesen Pass gespielt hat. Auf Tetschi heißt er, glaube ich. Ja, der ist so ungefähr an Strafraumkante oder etwas davor. Zieht ab. Der Ball wird abgefälscht von Hübers und fällt dann ins Tor. Glücklich für Kaiserslautern. Unglücklich für uns. Also, dass der Ball halt reingeht. Ja, aber so ist das halt. Ja. Wenn es bei den einen läuft und bei den anderen eben nicht. Und ja, so plätscherte das Spiel dann auch in der ersten Halbzeit so von uns so ein bisschen vor sich hin. Ja, wir haben irgendwie keine... Also ich hatte so das Gefühl, gerade auch in den ersten 70 Minuten, Kaiserslautern hatte richtig, richtig Bock auf dieses Spiel. Die haben da richtig drauf hingefiebert auf diesen Pokalabend und hatten einfach richtig Bock. Sorry, ein geiles Spiel abzuliefern. Und bei uns hatte ich so das Gefühl, ja, Dienstagabend, Kaiserslautern, Betzenberg, müssen wir hin. Ja, wollen eigentlich das Spiel auch gewinnen. Wie wir das Ganze machen wollen, wie wir Kaiserslautern unter Druck setzen wollen, wie wir Kaiserslautern das Leben schwer machen wollen, wissen wir aber nicht so genau. So diesen Eindruck hatte ich. Und ja, Kaiserslautern war wacher, war giftiger, war strukturierter und hatte auch einen Plan, ganz klaren Plan, wie sie uns eben stressen können, wie sie uns das Leben schwer machen können. Und ich versuche es mal ein bisschen zu skizzieren oder was ich damit meine. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Mir ist das gestern ganz besonders aufgefallen, weil ich eine komplette Halbzeit wirklich drauf geachtet habe. Wenn Hübos oder Chabot den Ball haben in der Innenverteidigung, dann passiert Folgendes. Entweder spielen sie sich den Ball hin und her. Der Ball geht zum Torwart zurück. Oder zum Außenverteidiger. Da ist nicht einmal ein vertikaler Ball bei. Nicht einmal. So. Und das macht es für Kaiserslautern natürlich unglaublich leicht, das zu antizipieren und zu verteidigen, weil, wenn man mal schaut, Hübos und Chabot hatten immer Platz. Es ist nicht so, dass die unter Druck gesetzt wurden. Gar nicht. Hatten Platz, Raum, Zeit, Ruhe. Und Lautern hat einfach nur darauf gewartet, dass der Ball nach außen gespielt wird. Entweder zu Pacarada links oder zu Benno Schmitz nach rechts. Und dann waren sofort zwei Lauterer da, haben Druck gemacht. Entweder mussten die Außenverteidigern wieder abdrehen, dann ging das wieder von vorne los. Oder der Ball wurde abgefälscht oder kam nicht nach vorne, ging jetzt aus oder sonst irgendwas. Und dann ging das sofort in so eine Umschaltsituation über. Auch Martl ist halt auch kein Spieler, der mit Ball mal ein Spiel eröffnen kann. Der ist halt ein Sechser gegen den Ball verdammt stark. Aber mit Ball fehlt ihm was. Das ist aber auch kein Vorwurf. Der Junge ist 21. Das sind halt alles Dinge, die kommen noch. Aber mir ist halt aufgefallen, dass wir generell nach dem Abgang von Hector und Skiri wirklich hinten keine Spieler haben, die man Spiele eröffnen können. Ja, die mal so ein, zwei aussteigen lassen vielleicht. Ja, die mal so einen kleinen Schlenker machen, so einen kleinen. Und eben so einen eröffnenden Pass spielen. Wisst ihr, was ich meine? Und das haben wir jetzt mittlerweile überhaupt gar nicht mehr. Ja, und so kommst du natürlich gar nicht mal groß ins Mittelfeld oder ins letzte Drittel. Ja, und da kannst du dann im Winter neuen Stürmer kaufen, bis der Arzt kommt. Wenn du das nicht verbessert bekommst oder das nicht abgestellt bekommst oder irgendwie eine Idee findest, wie du das lösen willst, wie du denn nach vorne kommen willst, da kann da vorne im Sturm stehen, wer will. Das ist mir gestern ganz besonders aufgefallen. Ja, dann in der zweiten Halbzeit, 47. Minute, direkt der nächste Schlag. Ma, ich habe hier sowas aufgeschrieben wie ein Bilderbuchangriff, aber auch halt nur deshalb, weil wir es zugelassen haben. Ja, vom Torwart weg, hoher Ball auf Beuth in der Mitte, auch Höhe-Mittellinie, der den Ball wunderbar festmacht, weiterleitet auf rechts. Und dann mega Spielverlagerung wieder von Marlon Ritter auf die linke Seite. Redondo, der Außenverteidiger, völlig frei auf der linken Seite, läuft in den Strafraum und schiebt den Ball in die lange Ecke zum 2 zu 0. Ein, so geht vertikales Spiel, so geht Bälle festmachen, so geht Spielverlagerung, so geht Zug zum Tor, so geht Abschluss. Ja, kurz gesagt. Aber auch, weil wir zugeschaut haben. Also Beuth kann sich da gegen 2 in Ruhe durchsetzen, den Ball in Ruhe annehmen, weiterleiten. Ritter hat auf der rechten Seite unfassbar viel Platz, kann das Spiel verlagern und Redondo, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Was der da für einen Raum hatte, ja, Benno Schmitz auch da viel zu weit weg, einfach mega schlecht verteidigt. Ja, und dann fiel das 3 zu 0, Freistoß Tor Ritter. Und da muss man halt fragen, ob Schwäbe mit in die Verlosung muss, weil das war Torwart-Eck. Er macht dann noch, kurz bevor der Freistoß ausgeführt wurde, nochmal so einen Schritt nach rechts und der Ball geht dann natürlich links in die Torwart-Ecke rein, weil er halt diesen Schritt zur Seite macht. Ähm, ja, kann man, glaube ich, Schwäbe nicht ganz von frei sprechen, ja. Ja, und wo Lautern dann das Glück hat beim 1 zu 0, weil der ja abgefälscht war, haben wir halt nach wie vor das Pech. Meiner hatten dann nochmal einen Lattentreffer in der zweiten Halbzeit und das ist auch wieder so unglücklich, dass der da nicht einfach mal reingeht, ne. Also ich weiß nicht, der wievielte Alu-Treffer das diese Saison war, aber gefühlt war das so der 35. Alu-Treffer. Also das ist ja wirklich krass, ne. Und das zweite ist dann natürlich auch Unvermögen, ja. Dann kam Uth rein, Thielmann kam rein, ähm, Waldschmidt hatte noch zwei Abschlüsse, ja. Auch wieder, da hat man gesehen, ne, Uth, der ist irgendwie ein Jahr raus, ne. Aber der hat ein Ballgefühl und eine Technik, ja, äh, das ist, das hat keiner sonst in der Mannschaft, ja. Der, der lässt den Ball klatschen auf Waldschmidt, der steht am 16er eigentlich völlig frei, ja, und schiebt den Ball dann am Tor vorbei. Ein paar Minuten später hat er wieder eine Chance, ist wieder im Strafraum, hat den Ball auf dem linken Fuß und prügelt das Ding fast aus dem Stadion raus. Wo ich mir denke, die Bälle müssen wenigstens aufs Tor. Also das, wenn der, wenn der Torwart den hält, überragend, oder da rausfischt, okay, gut. Aber die Bälle müssen aufs Tor. Ja, es kann nicht sein, dass die beide am Tor vorbeigehen, ja. Ja, das ist dann auch so ein bisschen, ja, Unvermögen, will ich nicht sagen, weil Waldschmidt kann es ja eigentlich besser. Ja, der kann ja eigentlich so aus der zweiten Reihe schießen, ja. Hat dann manchmal Pech wie gegen Gladbach an den Pfosten, aber hat es dann auch später dann zum 3 zu 1 gemacht. Aber gestern irgendwie Waldschmidt, weiß ich nicht, Totalausfall, ja. Ja, dann kam Thielmann und Uth rein, so ungefähr, ich weiß nicht mehr, wann die jetzt eingewechselt wurden. Auf jeden Fall in der 71. Minute Freistoß keins, Thielmann hält den Fuß rein, 3 zu 1. 81. Minute Flanke Jubicic und Kopfball Uth, 3 zu 2. Und da hast du echt gedacht, was geht denn hier ab, was geht denn hier ab, wir machen jetzt echt noch gleich das 3-3, jetzt ernsthaft. Und Thielmann und Uth sind so auch die einzigen Hoffnungsschimmer, die ich jetzt noch habe, ne. Weil bei Thielmann hast du auch direkt gesehen, der hat Bock, der wehrt sich auch mal, ja. Der geht halt auch mal auf so einen Zweikampf, der legt sich auch mal mit so einem Gegenspieler an. Der ist auch mal giftig, mal eklig, weißt du, schubst auch mal ein, lässt sich nichts gefallen, das fehlt mir in der ganzen Mannschaft. Und der Thielmann hat das gestern mal so gezeigt, wo ich mir denke, so, ja geil, Alter, weißt du, jetzt nichts Unsportliches oder so, versteht mich nicht falsch. Aber diese Giftigkeit, diese Galligkeit, dieses Zeigen, ey, mir ist das nicht egal, was hier passiert, das hat mir bei Thielmann echt gut gefallen. Und dass der junge Zug zum Tor hat und Bock hat, immer so aufs Tor zu gehen und zum Abschluss zu gehen, ich glaube, das ist ja nichts Neues. Also Thielmann und Marc Uth sind so Hoffnungsschimmer, die ich habe. Ja, und dann kriegt Martel noch gelb-rot, obwohl er schon auf der Bank saß, weil er eine Flasche aufs Feld geworfen hat. Und später kriegt dann auch noch Kainz rot, weil er im Mittelfeld den Spieler von hinten umsetzt, ohne dass der Ball in der Nähe war. Ja, bei Kainz, glaube ich, kann man geben, ist vertretbar auf jeden Fall, ja, aber der Schiedsrichter trotzdem, ey. Da geht er da zum Martel hin, geht da bis an die Seitenlinie, bis vor die Trainerbank, ja, so selbst in seiner selbstgefälligen Art, ja, und gibt dann dem Martel da gelb-rot. Ich habe das jetzt nicht gesehen, diesen Flaschenwurf, er soll eine Flasche aufs Feld geworfen haben, aber ich denke mir so, wenn der jetzt da, wenn da jetzt kein Spieler in der Nähe gestanden ist und der einfach nur so Frust in die Flasche geworfen hat, ob das dann unbedingt sein muss, ob es dann nicht reicht, wenn man sagt, ja, Fingerspitzengefühl, bleib einfach ruhig, setz dich auf die Bank und gut ist, ja, dass man dann da extra rausrennen muss und ihm dann da gelb-rot geben muss und so einem Grinsen noch dabei, weiß ich nicht. Und was mir besonders auf den Sack gegangen ist, ey, ich will jetzt den Lauterern hier Kainz Zeitspiel unterstellen, das wäre jetzt auch, weiß ich nicht, ähm, aber wenn die dann mal auf dem Boden lagen, ja, da liegt dann ein Lauterer irgendwo in der Ecke, ja, fast an der Eckfahne, ja, weil er einen Krampf hat oder so und was macht der Schiedsrichter? Er unterbricht sofort das komplette Spiel. Er bricht sofort das komplette Spiel ab, ja, wo ich mir denke, der hat nix. Wenn der jetzt eine Kopfverletzung hätte oder der Verdacht besteht, dass der eine Kopfverletzung hat, okay, dann muss der Schiri eingreifen, um zu gucken, ob da irgendwas ist, ja. Ey, aber die Lauterer lagen dann da irgendwann die ganze Zeit nur noch im Strafraum, irgendwo an der Eckfahne, äh, haben sich am Bein gehalten oder was weiß ich. Und der Schiedsrichter, statt der das einfach laufen lässt, weil er sich denkt, komm, hör die Zeitspielerei auf, ja, oder Kampf, dann geht halt ein anderer Spieler hin und hilft dem. Er unterbricht sofort das komplette Spiel, das Ganze, diese, die ganze Dynamik aus dem Angriff ist raus und dann, und dann stehst du dann da und sitzt du dann da, die, äh, Mannschaftsärzte, äh, und, äh, das Personal, der Staff kommt auf den Platz gerammt und verarztet den. Zwei Minuten später ist der Spieler wieder, als wenn nix gewesen wäre, ja, ist er dann wieder auf dem Platz und dann ging das die ganze Zeit und er unterbricht die ganze Zeit das Spiel. Ich bin, ich bin wirklich, ich bin ja beinahe ausgerastet, ne, ich bin ja wirklich komplett durchgedreht fast, ne, das ist mir so auf den Sack gegangen, aber ich glaube, deswegen haben wir jetzt auch nicht das Spiel verloren, aber das wollte ich unbedingt noch los geworden sein, weil, wirklich, das hat mich wirklich, das hat mich fast zu Weißglück getrieben, ne. Ja, und so verdienen, verlieren wir dann verdient 3 zu 2, weil es reicht nicht aus, wenn du dann die letzten 20 Minuten Gas gibst, Moral zeigst, dir den Arsch aufreißt, dann nochmal auf ein Tor rankommst, ist dann aber am Ende des Tages auch zu wenig und wäre vielleicht wahrscheinlich auch zu viel des Guten gewesen, wenn wir da tatsächlich noch das 3-3 gemacht hätten, aber, naja, somit sind wir raus und, ja, jetzt in drei Tagen kommt Augsburg und, da bin ich mal gespannt. Die kommen nämlich auch aus zwei Siegen. Also dann, wie habt ihr das Spiel denn so gesehen? Wie ist eure Meinung dazu? Was sagt ihr so zum Spielaufbau und so, diesem ganzen Zeugs, was ich gerade erklärt habe? Schreibt es in die Kommentare und dann würde ich sagen, genießt den Feiertag, bis dahin, euer Pierre.